Hallo und herzlich willkommen zu meiner neuen Reihe Esoterik Kompakt, esoterische Methoden in unter 5 Minuten. Mein Thema heute, Akasha-Chronik. Also, Wortbedeutung. Akasha kommt aus dem Sanskrit, steht für Äther oder Raum. Das Wort Chronik, altgriechisch Chroniker, steht für Zeit. Akasha-Chronik ist also eine chronologische Darstellung von Ereignissen. Siehe auch erstes und zweites Buch Chronik in der Bibel, da haben wir das ja auch. Herkunft von dem Wort Akasha, Wurzeln, finden wir schon im Hinduismus und Buddhismus als Begriff Akasha-Chronik, erstmals in der Theosophie genannt im 19. Jahrhundert. Akasha-Chronik meint ein Weltgedächtnis, eine Matrix des Wissens, manchmal auch genannt Buch des Lebens. Es gibt Parallelen zum morphogenetischen Feld von Rupert Sheldrake. Das wäre aber auch wieder ein eigenes Thema. Im 20. Jahrhundert verwendet von Rudolf Steiner in seinem Buch aus der Akasha-Chronik. Gesammelte Artikel aus der Zeitschrift Lucifer, Genosis 1904, 5. Genau aus diesem Buch hier auch ein kleiner Ausschnitt, Seite 84, damit man sich mal eine kleine Vorstellung machen kann von dem, was so laut Steiner in der Akasha-Chronik steht. Die Frage liegt nahe, wenn die luziferischen Wesenheiten in ihrer Entwicklung nicht mitgekommen sind, bis zu dem verstandserfüllten Schaffen im Feuernebel, wo sind sie stehen geblieben? Bis zu welcher Stufe irdischer Entwicklung reicht ihre Fähigkeit, um gemeinsame Arbeit mit den Mondgöttern zu leisten? Die Akasha-Chronik gibt darüber Aufschluss. Sie konnten an dem irdischen Schaffen sich bis zu dem Punkt beteiligen, da sich die Sonne von der Erde getrennt hat. Es zeigt sich, dass sie bis zu dieser Zeit zwar etwas geringere Arbeit leisteten als die Mondgötter, aber sie gehörten doch der Schar göttlicher Schöpfer an. Nach der Trennung von Erde und Sonne begann auf Erster eine Tätigkeit, eben die Arbeit im Feuernebel, zu der zwar die Mondgötter nicht, aber die luziferischen Geister vorbereitet waren. Für sie trat daher eine Periode des Stillstands des Wartens ein. Okay, ich finde, das spricht für sich selbst, welche Gedankenwelt so dahinter steckt. Eigenschaften und Hintergründe der Akasha-Chronik Eine Widerspruch gibt es darin, wer in der Akasha-Chronik lesen kann. Steiner sagt, dass dies nur Menschen der transzendent höchsten Stufe möglich sei. Andere wiederum sagen, dass jeder Mensch darin lesen könne. Manche sagen auch, ein Zugang wäre über das Höhere Selbst möglich. Sie ist neutral und unpersönlich, ohne Einstufungen gut oder böse. Und man sagt auch, durch das Lesen würde man spirituell wachsen. Das heißt, wenn man versucht, ihn hier zu lesen, würde einem das auch irgendwie persönlich im spirituellen Aufstieg weiterhelfen. Und man glaubt auch, alles auf der Welt habe eine Akasha-Energie, jeder Stein, jede Blume, jeder Mensch. Akasha-Chronik aus christlicher Sicht. Nirgendwo in Gottes Wort sagt Gott uns etwas über die Existenz einer Akasha-Chronik. Es gibt zwar natürlich das Buch des Lebens, aber das versteht etwas ganz anderes als das Buch des Lebens, als das manchmal auch die Akasha-Chronik bezeichnet wird. Im Buch des Lebens, in Gottes Wort, das ist eben das Buch derer, die zum ewigen Leben dort aufgeschrieben sind. Es ist die in der Esoterik oft vorhandene Vorstellung einer unpersönlichen und universellen Energie. Ki, Chi, Prana und so weiter. Gott zeigt uns, dass er ein sehr persönlicher Gott ist, der in Jesus Christus Mensch wurde. Die Akasha-Chronik steht im Gegensatz zu Gottes Allwissenheit. Er ist die Quelle allen Wissens, er stellt aber, und das ist eben wichtig, die Liebe in den Vordergrund. Aus 1. Korinther 13 Und wenn ich prophetisch reden könnte und wüsste alle Geheimnisse, in Klammern der Akasha-Chronik zum Beispiel, und alle Erkenntnis und hätte allen Glauben, sodass ich Berge versetzen könnte und hätte der Liebe nicht, so wäre ich nichts. Die Akasha-Chronik gehört in ein Weltbild, in dem es um spirituellen Aufstieg, um Schwingungserhöhung geht. Jesus macht uns klar, dass das Entscheidende ist, dass ein Mensch im Leben umkehrt und ihn als Erlöser annimmt. Die Akasha-Chronik ist Teil einer dämonischen Lehre. Jesus Christus möchte uns freimachen von solchen Irrlehren und möchte uns in alle Wahrheit leiten. Ja, das war es wieder kurz und kompakt. Ich hoffe, ich habe es geschafft in unter 5 Minuten. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und vielleicht beim nächsten Mal wieder. Gottes Segen wünsche ich euch. Ciao. Gottes Segen wünsche ich euch. Bis zum nächsten Mal.